Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal zu einem Infovideo von mir. Ich möchte eine Sache sagen, also ja, ich habe ja gesagt, dass, also falls einer von euch die Kommentare liest, habe ich gesagt, dass ich ein Texture Pack mache, beziehungsweise, ja, ein Texture Pack erneuer, das ist das Militär Texture Pack von mir. Ähm, ich habe es geupdatet und lade es gerade auf Mediafire hoch, beziehungsweise uploade es. Das ist hoch, oder? Ähm, sobald die, ähm, diese, diese Uploads fertig sind, ich habe zwei Varianten gemacht, einmal Militärversion und einmal ohne, das heißt, ähm, die Militärversion ist, da sind die Items halt mit Waffen und so, und die Texturen sind auch bearbeitet, so wie sie halt auf meiner Militär, äh, Basis, äh, gemacht sind. Ähm, und die zweite Variante, die, äh, nicht Militärvariante, die ist mit normalen Blöcken, das heißt, das Holz ist normal und so alles. Ähm, ich hoffe, euch gefallen die Texture Packs, ich werde, ich werde diese Texture Packs hier unter diesem Video packen, in die Beschreibung, die Download-Links jeweils, ähm, und dann hoffe ich, dass ihr damit Spaß habt, dass es euch gefällt, und falls es irgendwelche Vorschläge gibt, oder irgendwelche Wünsche, die ihr haben möchtet, an vielleicht Items, also Waffentexturen oder Blöcken, sonst irgendwas, lasst es mich wissen, schreibt es unter dieses Video, und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Nächsten Pack, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, haut da rein!